Herzlich Willkommen zum Mediale Energetik Treff. Ich möchte ein Thema behandeln, das dir dabei hilft, Klarheit in dein Leben zu bringen. Und ich habe das Thema ja schon öfter behandelt, aber diesmal möchte ich es ein bisschen anders angehen. Und zwar vor allem über die innere Struktur, die innere Ordnung, die innere Klarheit. Die Theorie bei der ganzen Geschichte ist relativ einfach. Wenn ich klar wahrnehme und strukturiert wahrnehme, was für mein Leben die wesentlichen Schritte sind, was für mein Leben die wesentlichen Themen sind, dann kann ich wirklich peu a peu mich immer erweitern, weiter werden, klarer werden, größer werden. Und dadurch habe ich auch mehr Abgrenzung nach außen hin. Und so fällt dann auch automatisch der Stress, den ich eventuell von anderen mitnehme, weil die ihre eigenen Glaubenssysteme haben, ihre eigenen Glaubensmuster haben. Da fällt dann auch dieser Stress mehr von mir ab. Und ich kann besser mich um mich selbst und um die Themen kümmern. Das hat jetzt nichts mit egoistisch sein zu tun, sondern da geht es einfach nur darum, dass ich klar bestimme, was sind meine Prioritäten. Und die können natürlich auch in der Versorgung oder der Hilfe von anderen liegen. Sagt ja keiner was dagegen. Aber es sollte die Kraft immer aus dir kommen und eben nicht von außen aufgezwungen werden. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, kümmere dich um mich und schau auf mich, das solltest du schon, dazu bist du verpflichtet aus irgendeinem Grund, dann ist das okay, wenn du das machst, aber nur, weil es wirklich dir entspricht und nicht, weil es der andere jetzt sagt. Denn alles andere würde dich auf Dauer wahrscheinlich schwächen oder sogar krank machen oder wütend machen oder Stress machen. Deshalb ist so diese innere Ordnung, innere Struktur gut. Und diejenigen, die meine Astrologievorträge gehört haben oder da sich ein bisschen auskennen, wissen ja, dass der Saturn, der ja für Struktur, Ordnung, das Lehren eigentlich verantwortlich ist, also der kosmische Lehrer, der kosmische Zeigefinger, der Do-Do-Finger, der spielt da eine große Rolle. Und ist im Astrologischen auch da die Entsprechung zu dieser Ordnung, zu dieser Struktur, zu diesem Inneren. Und dieser Saturn wird uns, und das werde ich demnächst mal bei einem Video, oder vielleicht habe ich es dann schon gemacht bei einem Video, wenn das Video heraußen ist, werde ich mal im Astrologievortrag für 2021, wenn ich das mal angehe, werde ich da noch genauer darauf eingehen. Denn das ist ein wesentliches Prinzip und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir dieses Prinzip jetzt noch mehr verstehen als 2020, nämlich für 2021. Aber da komme ich noch dazu. Gut, innere Ordnung und Struktur, eine innere Grenze, eine innere Strenge mit sich selber, eine positive Strenge, eine positive Diszipliniertheit, ist da natürlich auch gefragt. Was ist eine positive Diszipliniertheit? Das heißt einfach, ich handle immer in dem Rahmen, in der Grenze, solange, soweit mir etwas gut tut, solange es mir entspricht. Und ich gehe dann nicht über diese Grenze drüber. Undiszipliniertes Verhalten wäre zum Beispiel ständig verschlafen, trotzig sein, zu spät kommen, Maßlosigkeit in Bezug auf Alkohol zum Beispiel. Das wäre also undiszipliniertes Verhalten. Und ein diszipliniertes Verhalten ist halt dann einfach auch so diese Klarheit, dass ich sage, was brauche ich, was brauche ich nicht, was brauche ich für mein Lebenskonzept. Und nochmal, es ist ja alles erlaubt und es ist ja alles okay. Ich sage ja nicht, das eine ist besser als das andere, wenn es dir entspricht und wenn du es bewusst machst. Wenn du es allerdings unbewusst machst, die ganze Geschichte, dann wird es zum Problem. Gut, dann wünsche ich jetzt mal viel Freude und entspannende Momente bei der Meditation zur inneren Klarheitsstruktur, zur Abgrenzung und zum Stressabbau. Und das beginnt jetzt gleich einmal als Vorbereitung in einem hellblauen, wirbelnden Licht. Und was ist wirbelndes Licht? Du kannst dir das wirklich so vorstellen wie, fast wie ein Wirbelsturm. Aber ein angenehmer Wirbelsturm, kein Hurricane, der gleich das Toupet vom Kopf, vom Schädel fegt, sondern ein angenehmer Wirbelsturm, sagen wir mal so. Eine angenehme Brise nennen wir es so. Und diese angenehme Brise stellen wir uns jetzt erst einmal vor und visualisieren wir über dem Kopf, so über dem Scheitel, hier in etwa. Ja, so, diese Ebene wäre das da, also da drüber, genau. Und da stellen wir uns jetzt mal so einen blauen, hellblau, stellen wir uns mal hellblau vor und dann hellblau in Bewegung, hellblaue Bewegung. Und diese hellblaue Bewegung, und jetzt kannst du schon die Augen schließen, diese hellblaue Bewegung dreht sich in einem Kreis. Eben wie bei einem Wirbel, wie so ein Trichter, den man kennt vom Wind her. Und die Spitze dieses Trichters, also das schmale Ende, ist überhaupt deines Kopfes und das breite Ende ist von deinem Kopf weg. Und das, was du jetzt visualisierst, ist die göttliche kosmische Ordnung. Die göttliche kosmische Ordnung, das göttlich-kosmische, die Bestimmung, wenn du möchtest. Und dieser Bestimmung kommen wir nicht aus. Das ist das, was einfach ist. Und das, was ist, meint es gut mit dir. Und du sprichst jetzt erstmal in deinem Inneren. Hier und heute erkenne ich, dass ich mich so lange dieser Bestimmung, dieser kosmischen Bestimmung, göttlichen Bestimmung, versperrt habe. Aber ich nehme jetzt diese göttlich-kosmische Bestimmung zu 100% an und lasse diese jetzt in meinem Leben wirken. Und jetzt wirst du spüren, dass sich dieses enge Ende dieses Wirbels weitet und dass durch dieses Licht, diese hellblaue Frequenz, ein weißer, klarer Strahl in deinen Kopf fließt. Weiße, strahlend weiße Energie. Und die fließt da jetzt in deinen Kopf rein. Und du lässt jetzt diese Energie einfach mal fließen und sie löst jetzt vor allem mal alle Verklumpungen, alle Verklebungen in deinem Bewusstsein, alle Denkfehler, alles, was dich einschränkt, alles, was dich kleiner macht. Überall dort, wo du womöglich gegen diese höhere Bestimmung, gegen diese göttliche Ordnung noch ein bisschen angekämpft hast, all diese Gedankenmuster werden jetzt gereinigt und transformiert und du spürst, dass sich diese oberste Schicht deiner Widerstände jetzt mehr und mehr löst und reinigt. Und zwar nicht auf eine unangenehme Art und Weise, sondern das wird ganz weich, hell und klar und du spürst, wie in deinem Inneren rechts und links und vorne und hinten sich dieses weiße Licht mehr und mehr immer weiter ausbreitet. Und du spürst auch, dass wenn du zu sehr im Kopf gewesen bist, zu sehr nachgedacht hast immer, dass sich jetzt da wirklich einfach, als würde dein Kopf kleiner werden, als würde dein Denken kleiner werden. und dass es auf die Größe sich jetzt anpasst, die dir gut tut, auf das richtige Maß. Mein Bewusstsein, mein Verstandesdenken gleicht sich jetzt auf das für mich optimale Maß an. Das kann größer werden, das kann kleiner werden, aber es passt sich jetzt auf das für dich optimale Maß an. und du atmest tief ein und wieder aus und ganz tief ein und wieder aus und du erlaubst dir jetzt, dass du wirklich spürst, wie sich dein Denkvorgang genauso anpasst, wie es für dich optimal ist. Und während jetzt dein Gedankenfeld schrumpft vielleicht, erwacht ein anderes Feld in dir und das ist das Feld deiner Intuition. Denn es gibt so dieses rationale Wissen, es gibt das emotionale Wissen, es gibt dieses intuitive Wissen und das gleicht sich jetzt aus. Das heißt, deine Intuition symbolisiert durch dein drittes Auge das reinigt sich jetzt auch in diesem weißen Licht der Bestimmung und du versprichst, dass du deine Intuition nicht dazu benutzt, um das, was bestimmt ist, zu hinterfragen oder etwas auszutricksen, sondern du nutzt deine Intuition einfach nur für die, für dich optimalen Sachen. Das heißt, es wird nicht der göttliche Zeitplan, die göttliche Autorität angezweifelt, sondern ich benutze meine Intuition im Einklang mit der göttlichen Autorität, der göttlichen Bestimmung, dem göttlichen Zeitplan. Und auch auf dieser Ebene reinigt sich jetzt dein Bewusstsein und gleicht sich optimal für dich aus. Und optimal für dich heißt im Einklang mit deinem höheren Selbst, also deinem Innersten. Und du erlaubst dir jetzt, dass du das weiterfließen lässt, diese göttliche Bestimmung, Struktur und Klarheit. Ich heiße die positiven Grenzen in meinem Leben willkommen und ich heiße auch diese Grenzen auf all meinen Ebenen willkommen. Und dieses weiße Licht, dieses klärende Licht, fließt jetzt von deinem Kopf, von deinem dritten Auge weiter über deine physischen Augen, Nase, Mundraum, dass dein ganzer Schädel-Kieferbereich von dieser höchsten Ordnung und Bestimmung einfach erfüllt ist. Alte Anspannungen und Ängste, die in deinem Gesichtsfeld gespeichert sind, lösen sich. Deine ganze Gesichtsmuskulatur entspannt sich. Auch die Mikromuskeln in deinem Gesicht entspannen sich. und nehmen jetzt die göttliche Struktur, den göttlichen Zeitplan zu 100% an und du atmest tief ein und wieder aus. Und nun erlaubst du, dass diese weiße, reinigende, strukturelle Energie weiter durch deinen Hals fließt, dein Halschakra und auch in deine Arme, also über die Schultern, in die Arme fließt jetzt dieses weiße Licht und alles, was du tust, was nicht dem göttlichen Plan, deiner göttlichen Bestimmung entspricht, fällt jetzt von dir ab. Vielleicht hast du das Gefühl, dass deine Arme zu klein oder zu groß sind, als du sie gewohnt bist und all das fällt jetzt ab. Und du spürst, dass sich deine Arme und Schultern angleichen und dass du 100% zu dir und deiner Bestimmung stehst und dass Handlungen, die jetzt nicht zu dir gehören, einfach von dir abfallen ein. Und du merkst auch, dass du genug Kraft besitzt, all das umzusetzen, was für dich bestimmt ist. und du atmest tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass diese Struktur jetzt mal deinen ganzen Kopf bis zu den Schultern, die Arme einfach schon durch inspiriert hat. Also du spürst einfach jetzt schon diesen energetischen Fluss. und du spürst, dass diese Energie überhaupt nicht negativ ist, sondern im Gegenteil, sie bietet dir unendlich viel Freiheit, weil sie einfach dein Innerstes, deine Bestimmung freischaufelt. Also du stehst da hundertprozentig jetzt zu dir und deiner Kraft und erlaubst dir auch, dass diese Energie jetzt weiter fließt in deinen Brustbereich, in deinen Herzensraum. Und du spürst, dass auch da eine gewisse Klarheit, eine positive Entspannung reinfließt. und du spürst, dass du weicher, weiter und würdevoller wirst. werden, das ist das ist das ist Und erlaube dir jetzt auch auf der Ebene deines Herzens nochmal, diese innere Klarheit zu 100% einzulassen. Ich lade die Nüchternheit, die Klarheit der göttlichen Struktur auch auf meiner Herzensebene ein, die mir hilft, auch auf dieser Ebene klare Unterscheidungen und Entscheidungen zu treffen. Und du spürst, dass du auf der einen Seite stabiler wirst in deinem Brustraum, auch so der obere Teil der Wirbelsäule wird stabiler, klarer. Aber gleichzeitig kriegst du auch mehr Flexibilität dran. Und nun erlaubst du dieser Klarheit, dieser göttlichen Vorbestimmung auch in deinen Bauchraum, in die Magengegend zu fließen. Innere Struktur, Diszipliniertheit, positive Enthaltsamkeit. Egal, was dort gespeichert ist, was nicht zu dir gehört und was vor allem dieser göttlichen Ordnung widerspricht, All das fließt jetzt ab und wird in diesem Licht der Struktur und Klarheit gereinigt. Und spür jetzt mal, wie dieses Licht einfließt. Wenn du das Gefühl hast, es fließt vielleicht noch nicht ganz so, wie es könnte, dann bitte jetzt ganz klar nochmal darum, dass du sagst, ich lade die göttliche Bestimmung in meinen Bauchraum, Magenraum ein. Ich lade die göttliche Bestimmung in meinem Bauchraum, Magenraum ein. Und atme tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und spüre jetzt. Wie du diese göttliche Bestimmung ganz in deinem Bauchraum entfaltest. Wie sie dir eine innere Klarheit, einen inneren Stock, einen inneren Leitfaden gibt. Und jetzt fließt diese Struktur Klarheit, diese Ordnungsenergie weiter in dein Becken, in dein Nabelbeckenbereich. Und auch dort wird diese positive Disziplin, diese positive Grenze, diese positive Bestimmung angenommen. Und jeglicher unbewusster Kampf gegen Dinge, die du nicht in der Hand hast, die du sowieso nicht verändern kannst, die reinigen sich jetzt und lösen sich da jetzt. Und du spürst, dass du immer klarer und freier wirst. Und letzten Endes fließt jetzt diese klärende, nüchterne Energie von deinem Becken aus in dein Wurzelschakra und von dort in deine Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, in die Beine. Und alle Wege, die dir nicht bestimmt sind, lässt du voller Freude und Vertrauen gehen. Und du konzentrierst dich ganz auf deine inneren Wege. Und während diese Energie jetzt von deinem Scheitel bis zu deinem Fußsohlen durch dich durchfließt, diese Reinigung vollzogen wird, spürst du, dass du in dir eine Klarheit und eine gewisse Isolation und Einsamkeit auch spürst. Und die lass jetzt einfach mal zu. Diese Einsamkeit, dieses Abgeschottetsein von allem, was außen ist. Egal ob du Kinder hast, Familie, Partner, du bist jetzt alleine. Und du entsprichst jetzt energetisch dem Bild des Eremiten im klassischen Tarot, der einen Stock hält und eine Laterne über seinem Kopf hält, in der Höhe in etwa beim dritten Auge. Und du spürst jetzt, dass du dich reduziert hast, um Klarheit zu gewinnen. Und dass dieser Anteil der positiven Reduktion jetzt Teil von dir ist und in dir wieder aktiviert wird. Und dieser Eremit macht dich auf der einen Seite bewusster, klarer und auf der anderen Seite spürst du auch, dass du nicht so offen bist für äußere Versuchungen, Einflüsse, für Stress und Ängste, sondern du stehst jetzt ganz klar in deinem Licht. und bleib jetzt etwas in dieser Energie. Spür auch mal eine gewisse Unbeweglichkeit, eine gewisse Fixiertheit. Aber erlaube dir auch jetzt diese Stabilität wirklich als Kraft wahrzunehmen und nicht jetzt als Einschränkung. Denn natürlich jeder freiheitsliebende Anteil in dir möchte da jetzt raus. Aber es geht ja darum, jetzt dieses Prinzip wirklich zu verinnerlichen und auch kennenzulernen. Und spür ganz bewusst deine beiden Beine am Boden, links, rechts, aber spür auch als dritten Standpunkt am Boden den Stab, den Stock des Eremiten. Das heißt, du hast drei Stützpunkte auf der Erde. Drei Stützpunkte. Und du spürst, wie du dich selber und wie sich auch alles um dich in eine gute, klare Perspektive rückt. Und in dieser Energie, in dieser Perspektive bleibe etwas und spür, wie alles, was jetzt nicht zu dir gehört, alles, was zu viel ist, jetzt von dir weg geht und alles, was zu wenig in dir ist, auch wachsen kann. Das Falsche verlässt dich. Das Vergängliche wird geprüft. Und du bist in dieser Prüfung klar, strukturiert, ordentlich. Du bist in dir und um dich herum in Ordnung. Atme tief ein und wieder aus. Nochmal ein und wieder aus. und halte jetzt noch mal ganz bewusst diese Spannung. Sehr gut. Dann atme noch mal ein und wieder aus. Und dann streck dich mal durch. Spür mal deinen Körper. spür dich mal rein. Spür noch mal die Klarheit dieser Reduktion. Die Klarheit, die diese Ordnung bringt. und spür auch mal, dass jeglicher Stress, jegliche Ängste, alles, was da jetzt nicht zu dir gehört, einfach abgefallen sind. Durch Ordnung, durch das, dass du deine Bestimmung auf der göttlichen Ebene her annimmst. bedanke dich jetzt bei deinem höheren Selbst und bei deiner göttlichen Bestimmung. Du kannst auch sagen, deinem inneren Saturn, wenn du möchtest. Atme tief ein und wieder aus. Streck dich noch mal durch und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Lass dir noch Zeit. Komm ganz entspannt zurück. Und wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen, kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Du kannst dich natürlich auch mit dieser Eremitenkarte noch beschäftigen. Und das ist in etwa so die Energie, die wir uns heute hergeholt haben. Wie gesagt, Ordnung, Struktur, Vorherbestimmung, und dadurch, dass du deine, das, was dir bestimmt ist, annimmst, löst du natürlich auch Verwicklungen mit dem Außen. Gut. Das war's für heute. Du kannst die Meditation natürlich gerne immer wieder wiederholen, gerade wenn du da Themen hast. Und ich werde demnächst noch mehr über Saturn und seine Rolle auch 2021 sagen. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt oder den Kanal abonnierst. Und vielleicht kennst du ja wen, dem die Meditation gut tut, dann teile das Video einfach mal. Und wenn du ein Thema hast, das dich interessiert, dann schreib es mir unten in den Kommentaren. Denn Kommentar, Vorschlag ist gleich Video. Alles Gute, bis bald, dein Oliver Ereni, Mediale Energetik. Tschüss. Musik Musik Musik